Bones Lawrence, Aker Prophet. Hat er die Welt schon wieder gerettet? Man wies es nicht. Nein! Okay. Okay. Archangel. Boah, Alter, wie das geil ist. Okay. Okay. Was ist das? 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 Oh, das war dann nur so eine Geschichte, ich weiß das gar nicht. Ich blick da eh nicht mehr durch. Was ist das? 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 Alter. Was ist das? Was ist das? Ja, Freunde. In der ersten Woche unserer Ausbildung lehrten sie uns eine Lektion. Ein guter Soldat weiß, dass es nur eines gibt, worauf er sich verlassen kann, wenn die Chips ausfallen. Nicht auf seine Informationen und nicht auf sein Equipment oder seine Waffe, sondern nur auf sich selbst. Ich habe lange gebraucht, um mich daran zu erinnern. Fürs Erste ist der Krieg vorbei. Ich habe Fehler gemacht. Aber ich bin nur ein Mensch. Mein Name ist Lawrence Barnes. Was? Was? Ja, Freunde. Vergessen Sie mich nicht. Niemals Prophet. Und das war's mit Crisis 3, meine lieben Freunde. Ja. Ich habe die letzten 20 Minuten recht extrem Gänsehaut noch bekommen, Alter. Also das war alles im Weltraum geschah. Das war schon ziemlich heftig. Die Yali. Die ganze Yali-Familie. So, ja. Crytek, deutsche Entwickler. Vor allem, was die Engine angeht. Natürlich auch über EA. Oh Gott, ich bin so müde, Freunde. Aber das mit Pfeil hätten Sie schon anzeigen müssen, dass ich selbst schießen muss. Ich habe darauf gewartet. Ey, man schießt ja eigentlich, Alter. Aber na egal. Wir haben es. Neuanlauf. Mehr oder weniger gepackt. Aber, ja. Ja. Das war's mit der Trilogie von Crysis. Ich... Na klar, es kommt natürlich kein Teil mehr raus, weil das ähnelt ist die Geschichte. Naja, dachtest du bei Teil 2 auch. Aber der Alpha Zef hat überlebt. Weil Cell... Naja. Ihr habt es ja gesehen. Ihr habt es ja gesehen, Freunde. Und ja. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir schauen noch ein bisschen Crysis an. Ihr könnt natürlich... Ihr könnt euch schon verabschieden. Es wird wahrscheinlich nichts mehr passieren. Ähm... Ja. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spass gemacht, die 2 Teile. Im ersten Teil habe ich privat gezockt. Den habe ich nicht aufgenommen, weil... Keine Ahnung. Nie keine Lust gehabt oder so. Falls jemand den ersten Teil sehen will, schreibt den einfach in die Kommentare. Dann tue ich nochmal Let's Playen für euch. Aber ich habe den halt gezockt. Da habe ich mein Mikrofon neu gehabt und... Ja. Ich wollte jetzt nicht mit meinem alten Schmuckelmikrofon noch was aufnehmen. Weil das... Hat mich selber ein bisschen genervt, wenn ich mit meinen alten Videos von mir anschaue. Die ersten... Also GTA komplett. Und die ersten Witcher-Teile. Die ersten... 60, 70. Ich glaube, die sind mit dem alten Headset aufgenommen. Und ja. Wollte ich nicht. Also habe ich ja... Crysis 1 privat durchgezockt. Ist... Auch nicht so schlimm. Aber ich kann mich wirklich kaum noch erinnern. Was bei Crysis 1 nochmal passiert. Ich weiß, dass mein Prophet auch gezockt hat. Also erst... Lawrence Barnes. Man hatte am Anfang glaube ich gegen Cell... gekämpft. Und dann... Spät glaube ich... Crysis 1 kamen die Aliens dazu. Ich bin mir auch nicht mal sicher. Aber... Crysis 2 war auch geil. Keine Frage. Aber der dritte war noch ein Stück... Ein Ticken besser. Bis auf das letzte Level. Die letzten zwei. Die haben mich jetzt voll genervt. Und... Die haben mich jetzt wirklich gepackt. Und... Ja. Aber na gut. Wir haben es geschafft. Ein Spiel ist dabei abgeschlossen. Was... Anstatt Crysis jetzt reinkommt... Für ein Projekt weiß ich noch nicht. Ich habe mir jetzt eigentlich vorgeschworen, dass ich den nächsten Metro anfange. Also... Nicht das alte 2033 oder Last Light. Sondern die Redux-Version. Also... Die aufgepimpte. Weil es kommt ja dieses Jahr das neue Metro-Spiel raus, Freunde. Metro Exodus. Exodus. Irgend so was. Das... Schaut schon richtig geil aus. Im Trailer gesehen. Und ja. Und da ich wirklich... Nicht mehr wirklich weiß, was bei Metro-Rob passiert ist. Außer... Natürlich... Grund-Gameplay. Weiß ich natürlich. Warte, ich drehe mal die Musik hier ein bisschen leiser. Bisschen laut. Und ja. Ich bedanke mich nochmal für alle, die hier eingeschaltet haben. Und noch einschalten werden. Ähm... Ja. War auf jeden Fall eine geile Session. Crysis 2 und Crysis 3. Und ich hoffe, es hat genau so viel Spaß gemacht wie hier. Oder meine Story. Stephen Hall. Hat sie geschrieben. Oder gemacht. Inszeniert. Animiert. Programmiert. Programmiert trifft es am ersten. Viele, viele Leute sind an diesem Projekt beteiligt gewesen. Ja. Und ein Gruß geht nochmal an Crytek raus. Und an EA. Mehr an Crytek eigentlich. Weil... Ja. An EA natürlich auch. Für den Origin Pass. Den... Den kauf ich ja selber. Den hab ich ja selber bezahlt. Hast du nichts bezahlt hier? Nee, nee. Trucker, Trucker, Trucker. Was? Achso, Tracker. Ja. Jetzt müssen wir bald am Ende kommen von den Credits. Hoffe ich dennoch. Voice Recording. Voice Recording. Beides klar. Da, die Schauspiele. Kenn ich aber keine. Cell 4, Cell 3, Cell 2, Cell 1. Da haben wir die French... Ähm... Sigronsprecher. Die italienischen. Ist da Mario dabei? Ah, Diego. Was ist Diego? Kein Mario? Nur dafür denn alles andere. Da haben wir die Deutschen, ne? Lasst sie zergehen. Waren alle sehr gute Sigronsprecher. In Deutsch. In anderen Sprachen keine Ahnung. Ja. Wie gesagt, Metro kommt wahrscheinlich als nächstes. Aber nicht gleich anschließend darauf. Sondern erst vielleicht... Ende Februar. Ich genieße jetzt noch Witcher 3. Dann hab ich überlegt, ob ich Pro Evo anfange. Also einmal in der Woche. Jeden Freitag oder jeden Samstag. Ich glaub ich tendiere auf jeden Samstag. Mach ich so ne Meister-Diga auf. Weiß. Mit Bundesliga-Patch drin. Alles gepatcht. Alles gemordet. Der Erdogan ist auch dabei gewesen. Viel mehr Tutorial. Sigronsprecher. Ja, läuft bei dir. Hehehe. Alles klar, Freunde. Da haben wir noch die Partner. Nvidia. Luis. Bawul. Und was auch sonst noch alles. Amt. Amt. Intel. Microsoft. David Cook. Nicht Cock, sondern Cook. General Frankfurt Studio. Alles klar. Ja. So. Und ja. Schaut auch gerne bei meinen anderen Videos mit rein. Witcher 3 läuft immer noch. Sind schon bei Folge 103, 102. Irgend so was. Müsste wahrscheinlich auch bald zu Ende sein. Ich weiß es nicht. Die disease werde ich wahrscheinlich nicht zocken. Also nicht let's playen. Zocken schon. Aber let's playen nicht. Da ich eigentlich keine disease kaufe. Vielleicht. Ich weiß nicht ob ich es mir kaufen soll. Vielleicht zock ich es auch noch beim Freund. Beim Kumpel. Beim Cousin oder so. Der hat es glaube ich. Ist auch auf der Konsole. Aber naja. Ist egal. Oder ich kaufe sie mal weil es ein Angebot sind. Ja. Aber wie dem auch sei. Witcher 3 läuft noch. Was läuft denn gerade noch? Prey läuft auch noch. Also Crash 3 ist abgeschlossen. Der nächste kommt entweder Metro. Oder ProVision Stock. Also PS. Warum kommt FIFA? Ganz einfach. Ich mag FIFA nicht. Allein das Gameplay. Grafik, Atmosphäre ist hier in Ordnung. Aber das Gameplay. Ich weiß nicht. Mir taugt das irgendwie nicht. Ist auch irgendwie zu einfach. Ich spiele gerade auf Weltklasse. Und schieße trotzdem mit 6-0 ab. Komisch. Bei ProEvo bin ich gerade auf. Auf dritten schwierigsten Grad von 5. Und tue mir schon. Bei mares Spiele schon schwer. In der Bundesliga. Zum Beispiel das erste Spiel gegen Bayern. Habe ich glaube ich nur. Habe ich 3-2 gewonnen. Gerade so. In der Saison wo ich gerade spiele. Privat. Habe ich schon 6 Unentschieden. Heftig. Aber wir haben auch genug von dem Kackfußball. Ja. Ich frage mich wie lange Quells noch gehen. Aber. Es waren ziemlich viele Schauspieler. Sikronensprecher. Und Leute beteiligt beim Programmieren. Und sonstiges. Aber na gut. Ich bedanke mich nochmal herzlich. Beim Zuschauen. Supportet mich gerne recht weiter. Würde mich über jeden. Like. Abo. Kommentar. Oder so. Sonstiges. Freuen. Und die Musik wird immer lauter. sein. Aber. Na ja. Freunde. Ja. Beziehung und das Let's Play voll in die Länge. Aber. Ich zeig gerne Quells. Habe ich glaube ich bei GTA 5 nicht gemacht. Aber. Weiß. Ich weiß es gar nicht. Kann sein dass ich übersprungen habe. Ich weiß es aber nicht mehr. Bei Witcher 3 zeige ich es auch. Bei Crysis 2 weiß ich es gar nicht. Ob ich es gezeigt habe. Deswegen bei Witcher 3. Zeige ich es euch. Muss ich. Von meinem. Verstand aus. Euch zeigen. Wahrscheinlich interessiert es eh keiner. Aber. Naja. Na gut. Da. Ivan. Da. Ivan. Nikolai. Diana. Blamen. Sergei. Der Sergei. Natürlich. Und noch Ivan. Vielleicht noch ein Sergei drin. Oh. Und Oleg. Oleg darf nicht fehlen. Oleg darf nicht fehlen. Man kann zwar wahrscheinlich überspringen. Oder? Ich will aber jetzt nichts drücken. Hehehe. Aber na gut. Ja. Freunde. Die Crybabys. Was? Hehehe. 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 Viele, viele Sprachen. Ein großer Dank geht an unsere Familien, Freunde und Fans für ihre Unterstützung und Ermutigung. Mit eurer Hilfe haben wir unser Ziel erreicht. Ja. Gern geschehen. Und. Danke, dass ich dieses Spiel spielen durfte. Vielen Dank dafür. War schon richtig geil. Ja. Ich wusste, dass irgendwas noch kommt, was. Ein Dank aussprechen sollte. Natürlich alles in Sprachen gesetzt. Ich frage, wie viele Sprachen da noch kommen mögen. Ok. Jetzt ist es vorbei. War es das von mir Credits? EA Credits. Natürlich. Die brauchen wir nicht EA. Aber naja. Hehehe. Hehehe. Ne, ne. Wer ist denn John Lawrence? Hat der auch mitgespielt? Das ist der, das ist der weiße Bruder von. Hehehe. Prophet? Hehehe. Von Barnes. 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 Und ein Stuart darf auch nicht gehen. Und ein Colin. Natürlich. Oh, gleich drei Leute. Wie. Wie. was ist. Wie. as hängt schon mal mit dem Status an? Was ist jetzt gar nicht der root? Wo ist das? Wie. Wie. Die PR-Specials-Danks, alles klar. Jetzt müssen wir bald am Ende sein, Freunde. Und auch nicht. Na gut. Mensch, die Bulle ist schon wieder her. Was ist los? Ich habe gerade eine ganze Stunde aufgenommen. Also ich habe jetzt keinen Cut reingemacht. Natürlich werde ich es ja trennen und nicht einen Stundenpart hochladen. War schon anstrengend aufgestanden. Ich habe es gegessen, ein bisschen Musik gehört. Und dann kommen alle, ziehen wir uns Krass rein, machen wir es zu Ende. Ja, und wir haben es geschafft, Freunde. Wir haben es durchgezogen heute. Crysis 3 ist zu Ende. Und dann bin ich auch ein bisschen traurig. Ja. Bin immer traurig, wenn ein Spiel zu Ende geht. Vor allem, wenn es nur eine Singleplayer-Kampagne gibt. Natürlich multipliert zocke ich nicht wirklich oft. Selten. Battlefield 1 eigentlich nur. Call of Duty habe ich abgehakt. Weil es WW2 ist komplett. Ja, naja. Mag ich nicht so irgendwie. Weiß nicht, warum. Irgendwann alle so Pro-Gammer geworden sind die letzten Jahre. Wo ich nicht mehr gezockt habe. Ich habe seit MV3 kein Regulier mehr COD gezockt. Sind alles überpowered geworden. Und ich immer so abkacke bei WW2. Mit meiner 1-2er-Quote. Ich habe bei jedem Ego-Shooter eine 1-2er-Quote. Bei Battlefield auch. Außer bei MV3. Da hatte ich eine 2-5er. Oder zum Tor oder irgend sowas. Obwohl mein kleiner Cousin die damals auf 0,8 runtergebracht hat. Von 1,8. Ist die auf 0,8 runter. Und dann. Habe ich durchgesuchtet. Da habe ich mir viel im Duell gespielt. 2 gegen 2. Extrem viel. Bei Duell habe ich auch meine höchste Abschlussjahre bekommen bei MV3. Ich weiß nicht, ob es bei Duell war. Ich bin jetzt nicht nur so der Mob-Spieler. Also ich. 24, 25 Abschlussjahre ist schon ein bisschen happy für mich. Meine taugt sich immer so ein 10er-Schnitt. Bei MV3 halt. Bei MV2 bin ich mal froh, wenn ich eine 6er-Abschlussjahre kriege. Aber das ist natürlich auch was anderes. Ich finde es ziemlich schwer. Ja, was gibt es denn noch zu bereden? Die meisten haben wir schon eh schon ausgeschaltet. Aber na gut. Prey wird wahrscheinlich auch noch ewig dauern. Die meisten haben wir so zwischen 30 und 50 Teile gebraucht. Ohne DLCs. Da gibt es gar keins, oder? Ich weiß das gar nicht. Auf jeden Fall. Kennt eine, die hat 44 Teile. Kronkh, keine Ahnung, wie viele der hat. Falls er überhaupt gespielt hat. Ich glaube, der hat noch die Väter gespielt, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall. Andere haben so 40, 50 Teile bei Prey gespielt. Ich bin erst bei Folge 11 oder so. Könnte schon noch ein bisschen dauern. Aber jetzt sind wir durch. Ah, es kommt noch ein bisschen. Scheiße, was war das? Seht ihr irgendwas? Los, los! Los, los! Tür sichern, Tür sichern! Wir haben das Zelldirektorium in Versteck 4 gebracht. Wir werden hier abgekleilt. Wir fliegen! Guten Abend, sehr verehrte Herrschaften. Ich war vor einiger Zeit mal Gast in einer ihrer Kliniken und würde mich gern beschweren. Ich habe gewusst, da steht noch eine Frage offen. Aber danke, dass die jetzt geklärt ist. Freut mich für Prophet. Ja, das war's. Endgültig mit Crisis 3. Es gibt auch keine Disease oder sonstiges. Oder? Doch, es gibt welche. Glaub ich. Aber, naja. Kampagne, was haben wir denn hier? PC in Crisis. Achso, genau. Hier haben wir noch... Es gibt nicht viele Missionen. Das muss ich schon sagen. Aber die sind halt extrem groß geschnitten. Na klar. Ich habe auch so ein Dart gezockt. Das war nicht mal einfach, oder? Ich weiß es nicht. Okay, wir haben... Also in 5 Stunden haben wir es ja durch. Das war extrem schnell. Es war extrem schnell. Bei Crisis 2 haben wir schon mindestens 6 gehabt, glaube ich. Da hatten wir ja auch... Boah. Wie viele Teile hatten wir da? 17? 17, glaube ich. Hier haben wir fast 8... 8,5 Stunden gespielt. Ungefähr. Wenn jeder Teil eine halbe Stunde war. Dann waren es 8, 9 Stunden. Okay. Waffen aufsätze haben wir nicht mal alle gefunden. Aber, naja. Ich sehe die gerne. Aber Upgrade-Module, Alter. Nur 6 Stück. War bei Crisis 2 halt... Leichter. Wir können uns natürlich noch Musik anhören, wenn ihr wollt. Aber ihr... Habt wahrscheinlich keine Lust mehr. Na gut, ich auch nicht. Ähm... Ich beende das Let's Play jetzt hier. An dieser Stelle. Ähm... Da, wir haben hier noch das Lost Island DC. Aber das ist bei Ultron Pass leider nicht dabei. Das wirst du nicht mehr kaufen. Aber... Was ist denn das? Dann würde ich noch schauen. So ein Room. Aber, naja gut. Ich bedanke mich mal hier fürs Zuschauen und wir schauen noch in den Showroom rein. Achso, genau. Das sind nur die ganzen Dinge. Okay. Ist egal. Ähm... Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns im nächsten Projekt, im nächsten Video. Supportet mich, wenn ihr wollt. Könnt ihr kostenlos machen. Abo hier unterlassen. Like, Kommentar, alles. Ich wünsche mich auf jeden der Sachen. Und ja. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Habt mich gefreut. Und... Bye, Crysis. Und... Wiedersehen. Ja. Reingehauen, ne? Ja. Ciao, Freunde. Macht's gut.